Ja da Matas, das siehst du ja bloß beim Jada Ja das ist ein bisschen mit Wasser komisch DOSCHIDA Das ist ein bisschen komisch ey, ein bisschen komisch, das ist ja Warte mal kurz Warte mal, ich komm mal mit zum Svenne Was machst du denn hier? Das Bad So, jetzt komm rein Ich komm rein, ja? Na komm ins Haus, du wolltest doch PP Ja, ich trüge hier einfach PP schnell mal Ach so, gut, dann Dann machst du mit? Ja, ja Steine Jetzt muss ich entdunkeln hier rüber, wo die ganzen Spenster und Monster und diese Kirche mit dieser Steine Mondschein da hinten, das Fenster, da gibt's Klamer aus Nee, das muss man alles wieder rausnehmen Das ist kack hier, das ist kack hier Ist das was die amorten sind? Ja, musst du bauen Musst du bauen Nee, Marmort treppen nie Warum nicht? Macht er nie Warum nicht? Steine Ist in der Nähe Lager? Kannst du mal oben gucken Wo bist du? Bist du hinten im Lager? Bei den Kisten? Gleich Siehst du mich? Ich bin unten Ich bin unten Rechtsseite, linke Seite Die Steinseite Ich bin die Steinseite Ach, hier die Steine Und deinen Namen sehe ich Ach, da ist er ja Siehst du genau Normale Doppelte Und dann ist nichts mehr drüber Alles klar Daneben Da ist eine einzelne Kleine Und darauf sind Eins Zwei Drei Erstes Geld Komm mal her Komm mal her Ich kann Ich hab kein Geld Hier Nee, draußen ist ein Pferd Da kümmert ich lieber darum Mach den Kopf wieder hoch Also ich muss sagen Ja, finde ich auch so Ja, das ist schön Nee, aber guck dir das doch mal an hier Mit den neuen Rohren Äh, Rohren sag ich Motoren Guck dir das mal an, ey Guck dir mal an, wie geil das ist Mit den neuen Motoren und alles drum und dran Guck dir mal an, wie geil das ist Was hier alles zusammenkommt Wir müssten bloß öfters mal schlafen gehen Ach Das wollte ich mal nie als Problem sehen Die Steinbrennerei, die funktioniert unten auch Das ist alles wunderbar Probieren wir mal sowas aus Die kommt bloß nie hinterher Die Steinbrennerei kommt nie hinterher? Nein Muss ich mal gucken, Kompat Also links das Bord ist frei Der rechte ist frei Der rechte ist frei Ist aber kein Strom mehr da, was mir passiert Würden ist der Strom ausgefallen Wieso ist denn der Bedbox in der Ei brenne? Wie bitte? Er hat noch ein Ei in der Hinterbox geschmissen Ähm, überlege mal, wer spielt denn mit Eiern rum? Hör auf, wir haben mir nicht Schuld zu geben Ich weiß nie Na, wer spielt denn mit Eiern rum? Uh, siehst du Warte, ich guck mir jetzt grad den Stromverlauf nach Irgendwie ist hier Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Ich glaube, hier ist Saftroff Ich weiß nicht Stimmt doch was nicht Er wurde doch wieder Oh Gott, Oh Gott Was ist denn los? Wenn das so weitergeht Wenn das so weitergeht Helft das? Wenn das so weitergeht, dann 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 Wieso kommt denn das hinten nicht mehr an? An Stein Ich guck gerade nach, warte Äh Komm nicht rein Was soll das? Dirk? Ja, warte mal, ich muss was überlegen Wieso kommt heute keine Steine mehr an? Kriege ich denn das jetzt tiefer mit dem Wasser? Also das ist jetzt keine Frage an dich Das war jetzt eine laut gedachte Frage Frage Wieso kommen heute keine Steine an? Deswegen das Rohr ist ja auch nie verbunden Das Rohr ist aber nie verbunden Das Rohr ist aber nie verbunden Blödmann Vermutest du bloß? Blödmann Hahahaha Hahahaha Deswegen geht da... Deswegen macht der dritte Ofenrohr nix Weil das Rohr ist nie verbunden Ich glaub das Rohr ist nie verbunden, deswegen macht der dritte Ofenrohr Du hast da gefragt, ich hab dir eine Antwort gegeben. Deswegen. Aber nur deswegen. Scheißen Dreck. Ist einer oben, im Lager? Ich bin seitwärts unten. Alles klar. Eisen, 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 Eisen. Da muss noch was dazwischen geklemmt werden. Nein, jetzt bin ich genau da lang, wo ich nie lang wollte. Und das ist wo? Draußen. Wo machst du denn das? Werwolf, nein, nein, zu mir bitte nicht. Du hast wenigstens nur Werwolf, ich hab hier einen grünen Ocker hier umbatscht. Und? Unser Problem? Selbliches wie du, der wollte mich hau... er hat mich gehauen. Ich hatte noch eine Bedbox. Eine Bedbox, Bedbox, die brauch ich. Wieso macht denn der das? Schrauben sie so, da haben wir auch noch mit. Na, tack. Und, es gibt noch Spaß. Es geht unten lang. Ja, du bleib draußen. Ähm, es ändert zufällig in... in... Ach, wie ist denn das Teil? Wenn du dich schneller entscheidest, dann... Im Lager, ich brauch ein goldenes Transportrohr. Ich bin im Lager gleich. Ich brauch ein goldenes Transportrohr. Bitte. Ja, wird gemacht, gemacht. Ich brauch ein goldenes und... und ein... und ein eisendes. Huch... haben wir überhaupt genug strömlinge ich sage es gleich so erst mal gold und eisen ein goldenes diamant meine ich tschuldigung diamant also was nur diamant und eisen jeweils eins oder wie auch du kannst du mehrere geben und ein so sind drin eisen faule drecks hatte die ja dann ist immer da ist bei dir unten wo hinter dir und gesteht da matti ja blau und rot blau und rot ich glaube ich nicht oh wie ist du denn das das hat der Teufel verraten ich bin der Teufel du bist ein stinker das hat er sich verraten wie viel Eisen da hast du mir gegeben Sven, weißt du was noch? keine Ahnung ok wie kann man das Wasser hier dicht machen das ist ja nervig das verraten wir dir nicht Dirk? Dirk, wie hast du deine Schlange transportiert? mit der Hand hat er mit der Schlange eingefangen? nein, die ist einfach gespawnt die ist einfach gekommen ich kann nicht dafür du kannst ja mal ein Video gucken, glaube ich die ist einfach gekommen einfach so ja ja scheinbar habt ihr alle solche komischen Zufälle kannst du einfach mit der zweiten Hand hochnehmen ja ja, ich weiß ich hab sie ja nicht muss bei Türen aufpassen sonst weil da ist es nicht nur ein Moos und was frisst das Viech? konisch meine Axt die ist hinter dir die ist hinter dir, Svenne mach was du willst stört stört so müsste er jetzt laufen die Ofen jetzt wieder du? ja ja, aber auf nie grad volle Leistung es ist weg stört die Leitung ist ein bisschen lang geworden bitte? die Leitung ist ein bisschen lang geworden deshalb bekommt die so viel Saft durch aha sonst müsste ich jetzt mit Gold einen Transmitter noch dazwischen klemmen das ist nie gut? schrappert ach das ist sie gut macht sich blöder ähm Dirk? ja so, jetzt brauche ich erstmal Wasser und dann ist die erste Seite fertig schrappert was wolltest du denn frauen? was fressen schlagen? ich wisse es nie andere schlagen noo Elefanten wirf mal ihr seid doof meiner hat Elefanten gefressen nach ihr seid doof ich wisse es echt die die ich hab meine Goldie gefüttert und wie hat sie Leben dazu gekriegt? gar nie viel sei gestorben noch toll oh willst du nie dass deine stirbt? nein musst du durch Türen gehen da stirbt sie komm warte ich halte die Tür an nein ich glaube euch nicht hier guckt das mal an Sven guckt das mal an hier sind Mineralien drinnen und jetzt sind sie weg das Ding das das war eine gute Investition hier diese Abbau-Dinger du war eine gute Investition du das reicht ja das wäre das beim Wasser hast du ohne Strom gefummelt wieso Wasser funktionieren die wa? ne aber das hat jetzt andere bessere Töne weißt du so hellblau zu du